Hi Leute, hier Kai von binärestrategie.de und meiner neuen Handelssession. Ich zeige euch wie ihr Geld verdienen könnt mit binären Optionen. Und zwar richtig viel Geld, wenn ihr es richtig anstellt. Ihr braucht bloß die richtige Strategie. So, dann warte ich noch ab, so da. 5 Minuten die ersten. Ok, jetzt habe ich die ersten 10 gesetzt auf 5 Minuten. Hier ist meine Gedankenlinie. Ist er angeschlagen. Der geht wieder hoch. Hier ebenfalls. Nach oben wieder. Jawoll. Sehr gut. Ich setze immer 500 Euro, weil es soll ja was bei mir bei rum kommen. Wären jetzt diese 10 Trades drin, hätte ich 335 pro Trade gewinnt. Das wären dann 3500 Euro in 5 Minuten. Und zwar, ihr zieht hier die Gedankenlinie. Hier ebenfalls. Ich zeige es euch schnell. So, wo ist der? Da zieht ihr eure Gedankenlinie. Hier. So. Nach oben. So ungefähr. So. So. Hier eben. Na. Mano. So. Hier eben. Na. Hier ebenfalls die Gedankenlinie. Binäre Optionen. Das heißt. Ihr handelt zum Beispiel hier wie ich jetzt. 5 Minuten. Sagt ihr ob der Kurs steigt oder fällt. Dann braucht ihr bloß wenn ihr sagt ihr steigt auf above euren Investmentbetrag und auf buy. Wartet 5 Minuten ab und gewinnt. Der beste Broker den ich hernehme also für mich ist Option Yard. Den Link zur Anmeldung setze ich euch unten rein in die Beschreibung. Seid ihr angemeldet und eingeloggt geht ihr auf Trade. Auf Turbo. Stellt da eure 1, 2, 5 Minuten ein. Da waren die 5 schon vorgegeben. Ja. Und könnt anfangen zu handeln. Sucht ihr hier noch euren Paar aus das ihr handeln wollt. Und schon kann es aufgehen. Meine Strategie hier Gedankenlinie ziehen. Da ebenfalls Gedankenlinie ziehen. Und dann seht ihr in der Gedankenlinie schon wo der Kurs hingeht. Wenn er da anschlägt nach oben. Und er geht nach oben rein. Also sagt er steigt. Ganz simpel. Da könnt ihr ebenfalls hier eure Gedankenlinie ziehen. Also in Gedanken. Da könntet ihr eine ziehen. Dann wisst ihr ja auch. Der Kurs geht nach oben. Wartet ihr hier bis er anschlägt und geht nach oben rein. Also es ist wirklich simpel. Es sind noch 1 Minute und 15. 14 bis alle auslaufen. Dann schauen wir mal was wir haben. ganz locker flockig in 5 Minuten. 3500 Euro. sehr einfach. Very simple. Very simple Leute. Jetzt laufen noch Pfunduesdaller, also 5 haben wir drin, dann sechste drin, der siebte drin, der achte drin, number 9 drin und der zehnte drin, Jungs. Ihr seht es, es ist very simple, Optioniat hat den Chart den besten finde ich für meine Strategie, meldet euch an bei Optioniat, fangt an, schaut auf unserer Forum auch mal vorbei und legt los und macht auch Kohle, Jungs. Ich sag erstmal Bye, wir sehen uns. Viele Grüße von Kai.